Jep, in die Höhle. In die Höhle. Zmerkmonen. Halt! Herz. Ich kann hier nix für! Das ist aber zu verlockend. Liegt das überall auf dem Boden? Tja. Der hat mich ja gar gegriffen. Ich guck mal, wie schnell er mit dem Auto wird. Na ja. Das Auto wird auch ganz schön lange sein. Aber ich will mal sehen, wie lange das dauert. Schnau, 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 schnau. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Wuss. Der ist nicht. Es ist blöd, ist hier sowieso alles voll mit den Viechern. Weil so gedacht war, dass wir viele Questen wahrscheinlich hier, ne? Und der da drüben ist Guck mal, das hier lang gehen, das ist nämlich eine Kiste Oh scheiß Oh fuck, oh, gerade so geschafft Na dann Und ich falle runter Oh Gott, wie komm ich denn jetzt noch? Hm Oh Mann So Ui Oh, was denn? Jetzt bin ich Ja, ich bin da Das ist die Kiste Da Ah Fein Ok Aber Grootie. Kann ich auch noch rein hier Hey daaa Ich will nicht Ist das was? Hmmmm Wenn sie mal ein Kroll laufen hätte, sollen wir halt pullen Jaaa Ja? Hm, da muss ich mal nichts tun. Kann das nicht klappen? Alter... Ich glaub die machen den gleich hier. So, ne? Hoffentlich, ne? Ja, tja... Hm... Mhm... Sind wir hier fertig, jetzt müssen wir gucken, wo die nächste unserer Quests ist. Wieso? Sag der mir, wenn das Kampf ist nicht möglich. So, jetzt... Hm... Ja, hallo? Hm? Entschuldigung, ja. Ja, muss ich denn unser nächstes Fass? Geben, ne? Ja. Hab ich schon. Ein Blick in die Vergangenheit kann man abgeben. Ne, ich meine da weiter. Ich treffe den und den und... Na, ich folge dir. Okay. Naja, hab ich schon mit dir. Da gibt es schon wieder ne neue Quests, ne? Ah. Hm. Da kannst du durchkasten. Ich weiß schon, was die nächste Quests ist. Ja, muss man Trommeln sammeln und so. Mhm. Ne, bis sie kommt mit uns ins Kämpfe der Legion. Ja, eben. Rückblick betreten. Was? Dieser Krieg wird von Champions entkriegt. Er zählt jetzt. Boah, ist das kalt. Aha. Was ist das? So eine Art Szenario. Auch wiederum nicht wirklich. Oh, fuck. Oh, Alter. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Bist du das? Ne. Der haut mir ja schon alle weg hier. Alter, der killt mir ja schon alle. Das bist du oder so. Wie ich? Hier heißen alle gleich. Ich weiß nicht wie. Ich geh mal zu dir. Hier ist ja scheiße. Der haut ja alles weg. Ich komme an nichts dran hier. Hi. Rettet. Hey, hol den Hochberg. Na, wie geht's? Holen. Hüllen. Irgendwo die oben abgeben. Und lass schulen dann. Mhm. Ja wo? Fettig. Hier ist. Was ist denn die Küste? Bist du fertig? Ja ich bin jetzt schon beim nächsten Nil. Ach so, hast du schon abgegeben? Scheiße. Das ist schön. Mhm. Fettig. Ein Tier das im Kampf gegen Zahllose der Mornen verletzt. Wir sind voll durchmetzeln ey. Ja. Ich bin hier nach vorne. Was ist mit dir los? eine Räder stützte sie der Drache Kurier als Straß auch bekannt als Krasus nun gut hoch ich gewähre euch meinen Segen euer Volk in meiner Gunst spiel bei der Koenigungen und sagt nie dies ist kein gewöhnliches er ist einer von Mato das Erwählen Ihr seid wahrlich gesegnet So, ist auch fertig Aufs Schlachtfeld Das ist gar kein Fallschaden, hier sind sie witzig Das tut gut, euch auf diesem Schlachtfeld zu sehen Besiegt sich Hondrius Spielt mit euren Wichteln und sie zu wie die großen kämpfen Der nächste gehört euch Schattensang bat holen um einen letzten Gefall Er sollte sich Hondrius, den Fürsten der Nachschritze niederstrecken Sollte er fallen, dann würde der Angriff auf Aschara scheitern Und das Gleichgewicht wieder herzustellen Autsch Nächster Nächster Ich werde nicht versagen Was für ein Bengel, hä? Was ist das? Ich sagte, was für ein Bengel, hä? Es ist so dunkel hier Ich wollte auch gerade sagen, ob der Kette nochmal zurück oder hängt Ich wusste, ihr würdet kommen Hm Hm Ich habe mich auf eure Ankunft gefreut Ich werde in einer Hütte auf dem südwestlichen Felsen auf euch warten Wer seid? Na jetzt, warum wir so frisch sind, kurz vorm Einschlafen, kann man schon mal machen, ne? Hm Hm Noch eine Küsse Äh, jetzt hier, der ist das mit den Trommeln Und oben laufen dann irgendwie so ratenlang, wir haben auch noch so Trommeln Hm Gehst du hin? Sie trommeln sollen Achso, sie sind hier drin? Ja, hier unten und oben Ich weiß aber nicht mehr, wie viel hier unten waren So Hm 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 Ne? Hm Ja Hm Ich glaube hier unten war nur 4 Also fest zu entspannen Ne, ich glaube der Rest ist oben und dann so ein bisschen verteilt noch Ne, komm Also wir nehmen den Vorstuhl Ok Wohin der? Wohin der? Das hier Kippe Ja Wohin der? Wohin der? Wohin der? Ja nicht macht die Staaten Europapier wenn das war das Leben Prozent 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 die sich folgen mit dem Buch der Witzermann Schwellen Neumann die Sogern und Kirsten es wird er hat ihn kommen ein herrlicher tag zum fliegen erst drei zu weit entfernt ich bin außer reichweite die 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 hat keine Hier ist auch noch eine Pfff! Kratsch! Ich bin Thomas Hier muss schon noch eine sein Hier muss eine Ja Eine brauch ich nicht Ja so ein bisschen außerhalb gab es auch noch welche Wir retten hier noch einmal rum Rumpstee Pumstee Hier Ich glaube hier gibt es jetzt noch keine mehr Ja Da muss man doch nicht rüber So hier muss man sowieso diese Ältchen noch gleich zurück bringen Acht auf! Oh! Fertig runter! Ja du musst die Ich lebe! Ah geil! Nein! Ha 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 Wo bin ich da? Hm Na gut Ah ist das süß! So ein abgegeben Ach du hast schon abgegeben Okay Ja einen Du musst die Elche ja zu ihr zurück bringen Das greift mich an Aber ich weiß nicht was Gut Gut Komm ich denn jetzt auch Gut Schütz Schütz Ich hab noch nicht alle Ich hab noch nicht alle Ich hab auch noch nicht alle Ich mach das gleich erstmal mit den Elchen nennen Ich bin jetzt erstmal schon mal fertig Mh Oh Gott sonst steht alles zehnfach da jetzt und trommeln nicht die veränderung in der luft die mitte im nun nur wir haben st überlegt was ob ich doch einen Runden nur wie die übersehen haben muss er ist ein drinnen ich komme raus ne du meinst unten, wenn man mit dem Fahrstuhl fällt ich bin nicht unten, ich bin oben wo wir eben diese Trommeltiebe gehauen haben ja da bin ich und da bin ich reingegangen hier da stand eben eine ich sehe leider keine, ich kriege aber erstmal jetzt Schlachtweg ja, ok ist irgendwas was? nein mhm blöde Frage ne alles gut ne ich bitte alles geh alles totti na schön magst du nochmal so ein Ding aufstellen hier? mit deinen Resten von letzter Woche? bitteschön 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 wo werden wir uns hinbegeben? mhm? na? oben da oben da oben da säckewerk meinst du? ja genau ich war noch nie hier mit dem mit dem sich was mit dem 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 Sieh mir leid, aber ich gehe jetzt hier Ach, ich sehe gerade, weißt du was man hätte machen können? Ja Wenn man da oben ist, kann man ja runter schweben Mhm So hätte man sich natürlich auch retten können jetzt gerade, dachte ich mir so Na ja Oh, wir essen wieder umsonst hier Jetzt probest du nicht Oh, Fremdwoch runter Hm Ich würde sich unbedingt anspucken, aber meine Makros sind nicht da Hm Jetzt nicht Hm 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 Oh, natürlich toll Oh, ich kann das nicht Ich kann mit dem PvP nicht muten, das ist echt zu kotzen Ach, wir haben ja kommen jetzt welches gemacht Wir haben ja sonst immer viel viel mehr PvP gemacht Jetzt haben wir ja ab und zu mal nur ein Matchletter Hm Ja Hm Ich bin entsprechend Äh, das ist genau wahrscheinlich Oh, Mann Der Klassiker, ne? Hm Ja Ich hab' hier Ich hab' da raus Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh Wapp' mal, wenn ich totdann Ich bin tot Die Karte guck mal, nehmt... Irgendwie um die Karte gucken, nehmt... Wir haben... ...Stall und die Mine hier... Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Na, ich weiß es nicht... Hm? Sag du doch was... Na, was ist los mit dir? Zerbrichst du gleich oder was? Na, nein... Okay, komm... Da ist... Na, komm... cooler ... ... ... ... ... ... und sonst darf gehen hier ne also Warten wir kommen aber man darf sich nicht bewegen ne ich weiß nicht, vorhin hab ich mich gedreht aber ich weiß nicht ob das als Bewegung zählt oh shit ich bin außer Reichweite kommen sie ja die sind organisiert hmmm